Ich weiß gar nicht, können wir den rauslassen? Hier? Schwierig, oder? Hier ist dann drauf. Killer, ne? Ja. Mach ganz vorsichtig damit, du fasst da nicht so rein. Zum Finger ist schnell weg. Ja, ich denke, ihr könnt's wagen, oder? Guck mal nach. Aber pass auf, ne? Passte. Und? Soll ich mal die Decke ein Stück ziehen? Ne, mach ich nicht. Das soll er selber machen, das ist mir zu gefährlich. Ja, komm, lass raus. Oh. Oh. Oha. Und da ist er. Das ist der Rocky. Rocky ist ein ganz schön freundlicher Hund. Ist der Einzige, der immer gesteigert wird von anderen Leuten. Ist kein Schutzhund, hat's meist nie gelernt. Ist ein reiner Sprengstoffspürerhund. Ist total kinderlieb. So, der Sonnenschein, den Stille. Da vorne scheint immer Sprengstoff zu sein. Da muss Sprengstoff sein, das ist jetzt nicht zu erklären. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Soll ich bei ihm gleich ein bisschen zu holen? Ja, komm ich gleich. Ja. Ich werde dann bei ihm passen. Er ist also wirklich everybody's darling. Oh ja. Oh ja.